Vielleicht eine Geschichte über die Kacheln hier und wie sie jeden Tag all die Geheimnisse und Tränen der Menschen aufsaugen müssen. Ja, das ist es. Aber nein, das ist zu banal. Ich brauche etwas Tiefgründigeres, etwas mit mehr Emotionen. Eine Geschichte über den Wasserhahn und wie er dazu gezwungen ist, den ganzen Tag für die Menschen zu weinen, ohne dass sich wirklich jemand Zeit für ihn nimmt. Notieren. Ja, das ist es. Ja.